Kapitel 20 Gefühle Hermine und Draco fuhren mit dem Lift hinunter. Während sie in rasender Geschwindigkeit ins Erdgeschoss sausten, sagte Hermine kein einziges Wort. Da war dieses undefinierbare Knistern zwischen ihnen, etwas, das ihr sagte, dass die Anziehung zwischen ihnen nicht mehr zu leugnen war. Aber Hermine würde trotz allem ihrer Vorsicht und Bedenken nicht über Bord werfen. Nicht nach dem, was er ihr einige Minuten zuvor grinsend erzählt hatte. So liefen sie anschließend in die Nacht hinaus. Die Luft war so kühl, dass beim Ausatmen etwas Rauch entstand. Dabei versuchte Hermine regelmäßiger Herz zu beruhigen, während sie durch die dunkle Straße zum Auto schlenderten. Sie konnte es nicht glauben, dass sie den ganzen Tag wie ein fröhlicher Hippogreif mit Draco herumgehüpft war, jetzt mit dem Wissen, dass er sie von hinten nackt gesehen hatte. Wie fucking peinlich war das bitte? Auch wenn das vielleicht ein altmodischer und prüder Gedanke war, dass es ausgerechnet der Mann war, für den sie tiefsinnige Gefühle hegte, machte die Sache ja gerade so schlimm. Wie konnte sie nur so unfassbar leichtsinnig sein? Welcher Testral hatte sie in dem Moment geritten? Was dachte er wohl über sie? Hatte sie irgendwelche komischen Bewegungen gemacht? Wie sah sie überhaupt von hinten aus? Und niemand konnte Hermine erzählen, dass es okay war, wenn das einem passierte. Oder nicht so schlimm war. Daran war absolut nichts, aber auch wirklich gar nichts okay. Das war der Weltuntergang für jede Frau, die Gefühle für einen Mann hatte, der relativ unerreichbar war. Während Hermine mit verschränkten Armen neben Draco her schlenderte, ließ er seine Hände in den Hosentaschen und warf ihr einige grinsende Blicke zu. Hermine jedoch blickte demonstrativ in die andere Richtung und presste ihre Lippen zusammen. Er ließ sie ja einige Minuten, um sich zu fangen. Vielleicht hätte er sie doch nicht so ins kalte Wasser schubsen sollen. Wobei doch. Er war nicht der Typ Mann, der behutsam mit solchen Situationen umging. Er mochte ihre Schüchternheit, obwohl sie sonst ein so loses Mundwerk hatte, das sie auch gut und gerne benutzte. Und er liebte ihre Reaktionen auf diese Situation. Sie ließ ihn innerlich grinsen und es entfachte ein Feuer in ihm. Es gefiel ihm, wie er dieses selbstbewusste Mädchen aus dem Konzept brachte. Nach einigen Minuten versuchte Draco, sich vor Sarkasmus-Triefen nach ihrem Wohlergehen zu erkunden. Und? Schock verdaut? fragte er sie mit einem süffisanten Grinsen. Hermine biss sich beschämt auf die Unterlippe und wandte sich wieder von ihm weg. Nein. Draco lief grinsend auf sie zu und nahm ihre Hand, um seine Finger in ihren zu verschränken. Dabei führte er ihre Fingerknöchel zu seinen Lippen und küsste sie. Hermine durchfuhr eine kleine Gänsehaut. Jetzt wurde er wieder in seinem Verhalten eindeutig. Er flirtete wieder. Sie warfen einen kurzen, lächelnden Blick zu und wandte sich wieder beleidigt um, während sie Hand in Hand spazierten. Ist das so schlimm für dich? fragte Draco nach und Hermine brauchte einige Sekunden, um zu antworten. Draco fragte sich, warum es sie so störte. Sie hatte mit Sicherheit in der Vergangenheit die ein oder andere Beziehung, in der sie mit Sicherheit auch nackt gewesen sein musste. Schlimm wäre, wenn McLaggen zurück in meine Abteilung wechselte. Das ist eine absolute Katastrophe, rief sie spöttisch und drückte sich die rechte Hand aufs Gesicht, um den Kopf verzweifelt zu schütteln. Draco zog sie an ihrer linken Hand sanft an sich und blieb vor ihr stehen. Dabei legte er seine Hände auf ihre Wangen, um ihr Gesicht zu seinem zu lenken, doch sie blickte wieder weg. Sala, Sala, jetzt übertreib doch nicht. Warum bist du so voller Selbstzweifel? Ich hab das ja nicht mit Absicht gesehen. Du hast aber mit Absicht hingesehen! Hermine antwortete kampflustig, ohne ihn anzuschauen und verschränkte ihre Arme. Außerdem, Malfoy, wenn das übertreiben ist, dann würde ich gerne wissen, was... Weiter kam Hermine nicht, denn Draco zog ihr Gesicht mit sanfter Gewalt zu sich. Dabei legte er seine Lippen auf ihre, ehe sie protestieren oder weiter sprechen konnte. Er hatte es also nun doch getan. Er hatte es endlich getan. Er gab dem Ganzen nach. Wow. Hermine schaute ihn absolut überrascht an, während seine Lippen ihrer voller Sehnsucht schmeckten. Er öffnete seine Lippen leicht, als sie nach einigen überraschten Sekunden ebenfalls ihre Lippen öffnete. Es war ein kurzer, inniger Kuss. Einer, den er intensivieren wollte. Nur einer, um sie fühlen zu lassen, dass alles okay war. Dass sie einfach nur wahnsinnig attraktiv in seinen Augen war. Dass sie keine Zweifel haben musste. Draco lächelte, als er sich von ihren Lippen löste, und sah ihr mit einem verschmitzten Lächeln in ihre überraschten Augen. Schhh, halt endlich deine Klappe, Granger, flüsterte er und legte sanft seine Stirn an ihre, während er ihre Wacken hielt. Sonst werde ich jedes Mal auf diese Art und Weise dafür sorgen müssen. Tatsächlich hatte dieser Kuss Hermine für einen Moment die Sprache verschlagen. Ihre großen, warmen Augen blickten Draco einfach nur an, während seine hellen, kristallklaren Augen den Blick auf ihre geröteten Lippen richteten. Sie beide standen sich so nah, dass nur noch ein Blatt zwischen ihnen hätte passen können, bis sie beide lächelten und sich wie automatisch wieder ihren Lippen näherten und sich berührten. Wie lange hatte Hermine über diese Lippen nachgedacht? Wie unendlich lang! Eine gefühlte Ewigkeit! War sie vor dem Gefühl weggelaufen, ihn nicht berühren zu dürfen? Wie lange hatte sie über die vergänglichen Küsse nachgedacht? Und wie lange war sie nächtelang wach geblieben und hatte sich den Kopf darüber zerbrochen, wie sehr er und seine Nähe ihr fehlten? Doch jetzt ging es nicht mehr. Dieses bittersüße Gefühl hinterließ eine so unendliche Sehnsucht in ihr, dass sie am liebsten jeden verlorenen Tag ihn zu küssen nachgeholt hätte. Sie hatte lang genug dagegen angekämpft, doch das Gefühl und die Verliebtheit in ihr hatten gesiegt. Sie wollte ihn und seine Lippen spüren, ihm in seine wahnsinnig hellen Augen schauen, mit ihm flirten, von ihm geküsst und begehrt werden. Es war nicht mehr zu leugnen, wie sehr sie ihn und seine Berührungen brauchte. Das Spiel hatte sie nun verloren. Das Spiel und den Machtkampf gegen sich selbst. Doch erging es ihm genauso? Denn selbst wenn Hermine bewusst war, dass sie nun ihre Seele vor ihm entblößt hatte, schien es ihr, als hätte er das auch ein Stück weit gemacht. Anfangs schien er so distanziert und seriös ihr gegenüber, doch seine Andeutungen wurden mit der Zeit so intensiv und offensichtlich, dass sie ihr Innerstes hoffte, es erging ihm genauso wie ihr. Auch wenn sie nicht wusste, was das alles zu bedeuten hatte und wo es hinführen würde, wurde ihr trotz allem eines bewusst. Man konnte vor seinen Gefühlen und dem Verlangen, sie auszuleben, nicht weglaufen. Während sie beiden in dieser tiefen, kühlen Nacht standen, wo keine Menschenseele sich ihnen näherten, küssten sie sich, als hätte es nie etwas anderes als die beiden gegeben. Hermine legte ihre Arme um seinen Hals und stellte sich auf Zehenspitzen, während sie seine Lippen schmeckte. Als Draco langsam mit seiner Zunge ihren Mund erkundete, schmeckte Hermine den Wassermelonen-Sekt aus ihm. Er schmeckte fantastisch. Dabei lächelte Hermine in den Kuss hinein, während er seine Arme in ihre geöffneten Mantel steckte und ihren Rücken streichelte. Er öffnete ihre Lippen mit seiner Zunge und knabberte an ihrer Unterlippe. Hermine grinste in den Kuss hinein. »Was ist jetzt schon wieder?« flüsterte er mit einem Lachen und löste sich für einen Moment, doch Hermine schüttelte nur lächelnd den braunen Schopf und zog ihn wieder zu sich hinunter. Draco löste sich wieder und grinste sie fragend an. »Dir gefällt es anscheinend?« flüsterte er rau und schaute auf sie hinunter, während seine Finger sich sanft in ihren Rücken kreilten. »Ich muss daran denken, wie kindisch das ist, das, was wir hier auf offener Straße machen,« sagte Hermine verlegen und wandte ihren Blick auf beide Seiten der Straße, um zu schauen, ob sie beobachtet wurden. Es war allerdings niemand da außer ihnen und der pfeifende, kühle Wind. »Mir fällt etwas ein, das noch viel kindischer ist,« flüsterte Draco mit einem schämischen Grinsen und senkte seinen Kopf zu ihrem Hals. Hermine überkam eine Gänsehaut und sie zuckte kurz lachend zusammen, doch Draco ließ seine Lippen auf ihrem Hals und verteilte sanfte Küsse auf ihm. »Was tust du da?«, flüsterte Hermine kichernd und fühlte sich gerade so, als würden sie beide auf Hogwarts – ich hab Stuck auf – als würden sie beide auf Hogwarts im Schulgang etwas Verbotenes machen. »Ich muss was trinken.« Draco fing langsam an, an ihrem Hals zu saugen und Hermine riss überraschend ihre Augen auf und fing an zu lachen. »Draco, wieso betreibst du?«, fragte sie kichern und versuchte, seinen Kopf von ihrem Hals wegzuziehen, doch Draco verstärkte den Griff um ihren Rücken und saugte einfach unbeirrt weiter. »Draco, Scorpius, könnt ihr das sehen? Meine Freunde, meine Arbeit, meine Kollegen!«, rief Hermine und versuchte, sich erneut lachend aus seinem Griff zu winden, doch keine Chance. Draco hatte nach einigen Minuten sein Werk vollendet. Er richtete sich auf und zog sie zufrieden an sich, um sie zu umarmen. »Ja, sollen deine Kollegen auch sehen. Sollen sie alle sehen«, grinste er und drückte sie an seine Brust. Hermine inhalierte den Duft seines Aftershaves und lächelte. »Na super, ab Montag muss ich wohl einen Rollkragen tragen.« Sie spürte das Vibrieren in seiner Brust, während er lachte. »Du weißt schon, wie besitzergreifend du bist?« »Ne, du weißt schon, wie besitzergreifend du bist, oder?«, fragte sie ihn lächelnd und richtete sich auf. Draco musterte ihre Gesichtszüge, er antwortete ihr darauf nicht, hatte jedoch eine etwas ernstere Miene aufgesetzt. Hermine blickte ihn etwas irritiert an. »Hey, alles okay? Du schaust so ernst.« »Ich will nur, dass du weißt, dass ich dich niemals verletzen will oder dich im Ungewissen stehen lassen will. »Sie moment bin ich nicht. Nicht mehr«, sagte er plötzlich und in der Mines Hals bildete sich ein verdächtiger Kloß. Diese Worte hatten sie auf eine ganz seltsame, emotionale Art berührt. »Wie meinst du das?«, fragte sie ihn unsicher. Draco blickte kurz nachdenklich zur Seite, ehe er sich wieder ihr zuwandte. »Mir ist bewusst, dass du deine Prinzipien hast und diese Entscheidung will ich dir nicht nehmen. Aber vielleicht...« Draco fiel auf, wie sehr Hermine zitterte und sich mit verschränkten Armen warm rubbelte. Er fiel ihm einfach so auf. So nebenbei. Er beobachtete sie einen Moment und seufzte dann. »Komm, lass uns bei dir darüber reden. Es ist schon spät und kalt«, sagte er, während er den Zauberstab zückte, sich umwandte und einen kleinen Wärmezauber um sie legte. Hermine nickte. Ja, sie zitterte. Ja, es war kalt. Doch es lag mit Sicherheit nicht an der Kälte, die jetzt durch die kleine Wärme ersetzt wurde. Merlin, er hatte sich wirklich Gedanken gemacht. Vielleicht wurde es nun wirklich Zeit, sich auszusprechen. Draco war lang genug davor weggelaufen und sie rechnete es ihm hoch an, dass er es nicht vergessen hatte, auch wenn sie eigentlich sicher war, dass es nichts Gutes verhieß. Etwas Negatives schien es jedoch auch nicht zu sein, was sie gänzlich verwirrte. Sie platzte vor Neugierde, worüber er mit ihr sprechen wollte, doch ließ es sich nicht anmerken. Ja, mir ist wirklich kalt. Lass uns gehen, flüsterte sie stattdessen nur lächelnd. Die Rückfahrt hatten sie eher schweigsam verbracht, jeder in seinen eigenen Gedanken. Hermine überlegte konzentriert, zu welchem Entschluss er gekommen war und konnte es kaum erwarten, diesen zu hören. Außerdem fiel ihr ein, dass sie ihm gerne das mit seinen Eltern erzählen würde, die sie besucht hatten. Sie hatte sich eigentlich davor gedrückt, weil sie nicht wollte, dass er wütend wurde, doch das musste er dann unter sich und seinen Eltern klären, was es mit diesem kuriosen Besuch auf sich hatte. Ihm das Verschweigen würde ihn sicherlich irgendwann nur wütend machen. Vor dem Haus angekommen, blieb Draco plötzlich erhobt stehen. Das ist scheiße, fluchte er genervt und fuhr sich durchs Gesicht. Was ist los? fragte Hermine irritiert. Ich habe vergessen, die Sachen von Scorpius mitzugeben, seufzte Draco. Dann wandte er sich Hermine zu. Wenn du willst, bleib im Haus. Ich bringe die Sachen schnell hin, ich werde wohl apparieren müssen. Hermine schüttelte den Kopf. Ich kann doch mitkommen, sagte sie lächelnd und Draco lehnte sich nach hinten. Er sah sie einfach nur an. Was ist los? fragte sie unsicher und Draco schüttelte nur den Kopf, während er seine Augen schloss. Ich bin nur so wahnsinnig müde. Hermine wusste, dass es ihm nicht darum ging. Draco war einfach nur überfordert. Er wollte alles richtig machen und hatte Angst zu scheitern. Hermine lehnte sich zu ihm und sah ihn an. Draco, du bist ein toller Vater. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Draco öffnete seine Augen und sah sie überrascht an. Wie kommst du darauf, mir das zu sagen? Hermine grinst ihn an. Intuition einer Frau? Außerdem bin ich Hermine Granger und Kriegsheldin. Ach so, und Jahrgangsbeste. Ich kenne den Unterschied zwischen müde und müde. Draco lachte kurz auf. Granger, wäre ich nicht ich, wäre ich wahrscheinlich spätestens jetzt von dir eingeschüchtert gewesen. Du bist so scheiße eingebildet, Malfoy, lachte Hermine und Draco zwinkerte ihr zu. Dann lehnte er sich wieder in seinen Sitz. Selbst an einem Tag, an dem man glaubt, nichts machen zu müssen, muss man ständig 24 Stunden in Gedanken über seinem Kind sein. Vater sein ist ein Vollzeitjob und manchmal funktioniert man, äh, und manchmal funktioniert man nicht, wie man es gerne hätte, dabei will ich nur, dass er glücklich ist. Draco sprach Worte aus, von denen Hermine nicht einmal im Traum gedacht hätte, dass er sie aussprechen würde. Zum ersten Mal redete Draco über seine Gefühle und Schwächen. Hermine war unheimlich stolz auf diesen Moment. Sie war stolz darauf, dass er sich ihr das erste Mal öffnete. Draco, Scorpius ist glücklich. Hast du nicht seine strahlenden Augen gesehen, als er dich heute im Park mit Albus gesehen hat? Sprach Hermine sanft lächelnd auf Draco ein und dieser hörte ihr aufmerksam zu, während sein Blick nachdenklich nach vorn gerichtet war. Er muss doch glücklich sein. Er hat doch eine andere Wahl, Hermine. Er hat doch keine andere Wahl, Hermine, sagte Draco und seinem Blick lag plötzlich etwas seltsames kaputtes, dass Hermine das Herz brach. Etwas wortlos hörte sie zu, wie Draco weitermachte, er weitersprach. Er weiß manchmal nicht, mit seinen Gefühlen umzugehen, ob es die Wut ist oder seine Trauer. Hermine legte ihre Hand auf Dracos, während sie tief Luft holte und das aussprach, was sie dachte. Weißt du, Draco, ihr seid euch da ziemlich ähnlich. Ich denke, das ist mehr euer Wesen statt die Situation. Mir ist, als würdest du von dir selbst sprechen. Du bist auch oft impulsiv, zornig oder genervt. Aber genauso kannst du auch glücklich sein und unbeschwert lachen. Man kann doch einen Menschen nicht aufgrund einer Laune definieren. Draco hörte Hermine aufmerksam zu. Für einen Moment dachte sie, er würde das Gespräch unterbrechen und von dieser Situation flüchten, aber er tat nichts dergleichen. Er hörte ja einfach nur zu. Ich meine, das beste Beispiel für alles ist Harry. Was musste er nicht schon alles in seinem Leben durchmachen und ertragen? Ich habe ihn zu seiner schlimmsten Zeit ertragen müssen, einmal sogar wochenlang am Stück. Aber auch diese Zeit ist vorbei. Nicht, weil sie vergessen ist, sondern weil jede Etappe in unserem Leben bewältigt werden muss. Das ist das Leben, Draco. Aber Scorpius ist glücklich und ich habe in meinem Leben noch nie einen so einfühlsamen Vater wie dich erlebt. Scorpius ist das tollste Kind, was ich je kennenlernen durfte. Er hat so ein wunderschönes, reines Herz, abgesehen von den Kindern, äh, Kindern meiner Freunde, die ich auch liebe. Hermine grinst ihn an. Und, ne. Und wer bitte hätte das ausgerechnet von dir gedacht, dass du einfühlsam bist? Außerdem hat Albus wahrscheinlich 20 Pyjamas und 15 Zahnbürsten bei sich. Die eine Nacht wird Scorpius überleben. Oder hoffentlich Ginny und Harry. Draco grinste und auch Hermine musste lächeln. Irgendwann räusperte er sich. Hermine, sie sah ihn fragend an und Draco wandte sich mit seinem Gesicht zu ihr. Seine eisgrauen Augen sahen sie nun direkt an und Hermine bemühte sich, ihr klopfendes Herz zu beruhigen, das gerade aufgeregt hin und her hüpfte. Vielleicht habe ich nicht das Recht, es von ihr einzufordern. Ich brauche noch etwas Zeit. Zeit, die ich nicht hatte, um einfach klarzukommen. Hermine nickte irritiert. Sie wusste nicht, warum genau er das zu ihr sagte, aber sie wollte das alles auch nicht unkommentiert lassen. Deshalb sprach sie nur den einen Satz aus. Klar, ich verstehe das. Draco schaute sie intensiv an. Dann rückte er mit der Sprache raus und Hermine hatte das Gefühl, dass ihr Herz gleich aus der Brust springen würde. Ich schließe das mit uns nicht aus. Und ich schließe auch keine Zukunft mit uns beiden aus. Wenn du mir die Zeit gibst, dann, ich kann dir vielleicht nicht sagen, wann oder versprechen, dass ich ein neuer Mensch werde. Genauso wenig kann ich die Vergangenheit rückgängig machen. Hermines Herz pochte weiter und unerführlich in ihrer Brust. Was sagte er da? Er konnte es nicht ausschließen? Aber ich schließe das nicht aus. Natürlich nur, wenn du dasselbe darüber denkst, lächelte er sie an und Hermine erwiderte dies. Dann sah sie ihm tief in die Augen. Du bist seltsam, Draco Malfoy. Wenn man für sich selbst beschließt, es endgültig zu beenden, hast du darüber nachgedacht, ob das was werden kann? Draco hob überrascht seine Augen und schaute sie an. Du wolltest was beenden? fragte er spitzbübig mit einem schiefen Grinsen und legte seine Hände an ihre Wange, um sie zu sich zu ziehen. Hermines Herz machte wieder einen Satz und Draco drückte einen Kuss auf die Stelle, an der er ein Saugmal hinterlassen hat. Nicht das dunkle Mal, das Saugmal! Das ist viel schlimmer! Anschließend flüsterte er ihr ins Ohr, sodass sie eine Gänsehaut bekam. Dann warst du aber nicht besonders konsequent, oder? Hermine lachte schüchtern auf und schubst ihn sanft von sich. Du kannst wirklich anstrengend sein, weißt du das? Draco nahm grinsend ihre Hand und verschränkte seine Finger in ihren. Ich weiß. Aber das ist der Preis, wenn man sich für einen Malfoy entscheidet. Ob du dir das antun möchtest, ist dann ganz allein deine Entscheidung. Er warf ihr einen unwiderstehlichen Blick zu und Hermine lächelte auf. Das klingt ja wirklich verlockend, Malfoy. Draco lächelte sie an. Ich sag mal so, mit mir geht man erst durch die Hölle, aber dann auch durch den Himmel. Hermine lehnte sich nun auch in den Sitz und lächelte ihn an. Das hört sich fast schon so an, als müsste ich eine große Opfergabe bringen. Draco tat, als würde er überlegen. Es muss schon ein ziemlich großes Opfer sein, nickte er bestätigend. Hermine grinste spitzbübisch. Und was ist mein Gewinn, wenn ich erst auf einen ständig missgelaunten Typen warten und anschließend mein Leben mit ihm verbringen müsste? Draco grinste sie an und hob seine Augenbraue. Das willst du nicht wissen. Hermine lachte. Oh doch, ich muss ja wissen, ob sich das für mich lohnt. Draco schüttelte den Kopf. Nein, nein, das sag ich dir nicht. Das musst du selbst herausfinden. Hermine richtete sich auf und fasste ihn an der Schulter wie ein kleines Kind, das unbedingt Schokolade haben wollte. Komm schon, Draco, ich will es wissen. Draco sah in ihre warmen braunen Augen und schüttelte grinsend seinen Kopf. Nein, nein, du musst dich überraschen lassen. Vielleicht gefällt dir ja dein Gewinn nicht und du haust wieder ab. Außerdem bin ich nicht so der Romantiker. Aber so lässt es sich schlecht überzeugen. Bisher verspricht viele, bisher spricht vieles gegen dich, grinst Hermine schämisch und Draco schaut ihr tief in die Augen. Ich weiß, deshalb verstehe ich dich, erwiderte er müde lächelnd. Eigentlich hat Hermine es nur im Scherz gesagt, doch irgendwie hatte sie das Gefühl, dass Draco es ernst meinte. Er war wirklich seltsam. Die Stimmung kippte wegen seinen Launen von der einen zur anderen Sekunde. Sie stiegen nun schweigsam aus dem Auto aus und liefen ins Haus. Also, liebe Mila, da hätt's aber auch zwei Parts draus machen können. Wie lang war dat Kapitel denn mit der Studiergrad? Bis zum nächsten Mal.